Willkommen beim ultimativen Cartoon-Camp! In dieser Ecke Mordecai und Rigby! Und in dieser Ecke der Prinz aller Saiyajins, Vegeta! Was geht? Oh, soll das ein Witz sein? Sieh dir den Typen mal an! Wir haben keine Chance! Wirklich? Wer ist der Kerl, der diesen Kampf arrangiert hat? Wollt ihr wissen, wer noch sehen will, wie ihr in den Arsch getreten werdet? Meine Mom! Das ist doch totale Zeitverschwendung! Diese beiden Witziguren mache ich doch mit meinen Gedanken platt! Bringen wir es hinter uns! Mordecai, Rigby, hier drüben! Ich kann euch helfen! Skates, was sollen wir tun? Das ist außerhalb unserer Liga! Ich werde euch eine Technik beibringen, genannt Kaioken! Hier, nehmt meine Hand, ich transferiere euch das Wissen! Wow! Ich kann Kung-Fu! I've got the power! Okay, dann versuchen wir das mal! Zweifache Kaioken! Sweet! Dreifache Kaioken! Was? Nicht cool, Alter! Vierfache Kaioken! Oh ja? Fünffache Kaioken! Sechsfache! Siebenfache! Wow, wow! Macht mal langsam, Jungs, sonst brennt ihr euren Körper komplett aus! Achtfache Kaioken! Einhundertfache Kaioken! Hä? Was ist passiert? Sieht aus, als liegt alles an mir! Jetzt haue ich ihn um mit dem ultimativen Kampf-Move! Hm? Forke und Punch! Hahaha! Ist das alles, was du kannst, kleines Vögelchen? Skips! Wir können den Typen nicht besiegen! Also einen Trick habe ich noch in meinem Ärmel! Das soll doch wohl ein Witz sein! Das wird niemals klappen! Wir sind an einem Punkt, an dem wir nichts mehr zu verlieren haben! Die können doch nicht ernsthaft vorhaben, das zu tun, was ich denke, was sie vorhaben zu tun! Fuuuusion! Wow, das ist heftig! Ich frage mich, wie wir uns nennen sollen! Ich denke, wir sollten Rigbekei heißen! Nein, das ist bescheuert! Wir sind Mordibee! Mordibee? Nein, wir sind Rigbekei! Mordibee! Rigbekei! Mordibee! Hm? Hör auf zu reden! Ja, also jetzt wird es einfach nur noch dämlich! Zeit, es zu beenden! Final Facts! Oh, scheiße! Ja, zumindest können wir hier im Jenseits trainieren, Super Saiyajins zu werden! Das ist richtig! Und eure erste Trainingsübung wird sein, diese ganzen Stühle da drüben aufzustellen! Davon gibt's nur ungefähr eine Million! DAAAH! 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017